Wir sind gestern ab Angereist und heute in Achershow geht's wieder nach Hause. So haben wir dann noch den Sonntag und können ein bisschen verschnaufen. Wir reisen mit unserer Stuntshow durch ganz Deutschland, waren auch dieses Jahr schon in Österreich. Man kann uns buchen oder auch besuchen. Wir haben eine kleine Ranch in Mecklenburg, wo wir viel Kinderarbeit machen, also mit den Kindern arbeiten, nicht dass die Kinder bei uns arbeiten. Viele enden bei uns das Reiten. guitar solo 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 Untertitelung des ZDF, 2020